Nächster, also nicht. Achso, nein, also doch, wie? Nächster Halt, Speckgürtel. Wir sind gerade mal zwei Minuten aus Berlin und du tust so, als wären wir auf einem anderen Planeten. Verstehst du, schütze Arschloch! Erst mal beschnuppern. Ich meine so ein Häuschen in Grün, ganz für uns allein. Das wäre schon zwei. Na ja, ganz für euch allein ist Interpretationssache, oder? Tachchen, was habe ich verbrochen? Irgendeine Beklopter hat die 110 angerufen und behauptet, dass wir unseren Sohn verkloppen. Ich trau' denen einfach nicht. Ich trau' auch nicht, deswegen ja. Andi ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Ist halt eine Type, ne? Wie seine Frau und der Kleine auch. Wenn der Wichser auf dich zukommt, musst du bereit sein. Du musst genau hinkicken, wie er auf dich zuloben kommt. Auf, Conny! Zwischen Culture Clash und Häuserkampf. Na dann, auf gute Nachbarschaft. Doppelhaushälfte.